Der Mr. Fergang ist doch am durchdrehen hier. Der kleine Mann ist am durchdrehen. By the way, Anders macht zum ersten Mal mit heute und ist direkt im Finale. Der Mann denkt sich so auf locker. Nimm mich den Cup heute mit. Ja man, Laser. Untertitelung des ZDF, 2020 Alles gut, ja. Alles gut, ja. Boah, Anders. Der abonniert erst jetzt. Jungs, das ist jemand, der ist ein schlechter Mensch. Auf jeden Fall, ich bedanke mich für den Sub. Dankeschön. Abo. 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 das wort fifa romantica noch nie gehört Naidini ist immer geil Bruder was macht der mit dem alter Was passt denn Meinst du Lacer? Hey was passiert hier? Hey Game over Please Ich dachte ehrlich das landet auf tiktok Meinst du tiktok? Oh Bitte anders hör auf Hör auf Bitte Seine kleinen finger sind zu schnell für uns Der will ihn pisten man Moin Aikud Moinsen Bruder Der Mann hatte eine dänische Peitsche auf den Tisch gehauen und fertig Mann Der rassiert echt jeden das wahnsinn Aber so oft trocken im finale 4-0 Und Der arme Gegner Bitte Hihihi Hihihi Ja Alles Du hast doch ne Schuhe Bro NGU Mann Oh 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 Neh mal bitte Oh Vinicius Super 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 Der Mann hat sich irgendwas mit 100 Euro kurz in die Tasche gesteckt Oh Der Mann ist zu gut Oh 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 Der Gegner hat glaub ich keinen Bock mehr Der Gegner hat gesehen es ist endgültig aus GG's In den Chat für Anders Fergan Der kleine Mann hat heute zum ersten mal mitgemacht beim bayern turnier und zum ersten mal der direkt gewonnen der mann ist ein phänomen wahnsinn